Musik Am Anfang muss man das Tier töten. Hauptsächlich geht es darum, dass du das Fleisch verarbeitest. Vor einer Fleischthecke einrichten. Vom Läppchen-Tier. Zum Wert gedruckt im Laden. Sechse Wurst und Schinken. Über das Ausbeindeln. Wir können auch Wurste. Verhalten Plätzchen. Grossverkauf. Abhacken. Angrausen. In meiner Berufung habe ich die Ossage gemacht. Chinoise. Charbonnade. Plats für Barbecue etc. Man hat einfach Spass. Du siehst schon am Ende vom Tag, wo ich vom halben Tier noch in die Wald steige. Und du kannst die Wald essen. Das Beste an meinem Beruf ist natürlich die Abwechslung. Es tut etwas grösser. Ich mache eine dickere, kleiner. Wir machen etwas schönes und schönes. Du hast auch andere Kunden bei mir im Laden zum Beispiel. Und die Kunden kommen zu essen, was wir vorbereiten. Das ist manchmal das höchste Amüsante. Manchmal musst du mal lernen, deine Nerven zu behalten. Das ist das Beste daran. Sehr intensiv, interessant und kreativ. Ich bin auf den Schiff. Ich bin auf den Schiff. Das ist manchmal das mit der Schiff.